Ich hab dich vorliegt. Tut mir leid, aber wir haben eine Anzeige bekommen. Es geht um den Hund. Es ist eine Promenadenmischung, kein Rassehund. Für den müssen sie bezahlen. Der kann hier nicht bleiben. Mischlinien müssen angemeldet werden. Was machst du denn? Was hast du vor? Pat! Und die Fangstangen raus. Die haben hier ganz schön zu tun. Geht nicht da runter! Da sind Bestien! Die werden euch zersleichen! Die sind hier die Bestien! Ich muss los und versuchen, Hagen zu finden! Hagen! Was machst du denn, Hagen? 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 Was machst du denn, Hagen? Ich bin's doch!